Okay. Okay, schön. Nice. Jetzt holen wir eine Bildung von etwas etwas schwerer über die Gap. Wow, Kind. Du hast sehr gewisse Fähigkeiten. Wie geht's noch einen schweren? Geh es! Oh, ich bin fast zu hoch gespielt. Wie viele denn noch, Mensch? Crazy. Du bist unstopfbar. Sie wollen nur noch einen Schuss. Let me see something really big over it and we're done here. Okay. Dass es schön ist auf jeden Fall, ähm... Das schön ist auf jeden Fall, dass ich jetzt keine Übersetzung mehr machen muss, weil das war schon ganz schön viel Arbeit. Ich muss schon sagen. Auch. Ich hab gedacht, das wär jetzt irgendwie sowas... ...es Beiniges. Weil, also die Übersetzung war wirklich... ...ziemlich heftig. Fand ich jetzt persönlich für mich. Weil immer dann, dann hat man gesehen, ja, man hat sich verschrieben oder so. Aber man hat es nicht gesehen, was noch ärgerlicher hat, wenn es dann am Ende rauskam, weil ich die Scheiße hochgeladen habe. Ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal machen werde. Ich meine, das war schon nicht viel, was ich hier übersetzen musste. Aber das, um noch ein bisschen kurz zu machen und so ein Kram-App... ...mach schon nicht leicht. Aber für euch war ich es immer natürlich gerne. Ach, das ist diese lofty Scheiße, die man hier die ganze Zeit kriegt. Ah. Das Level. Okay. Gut, dann dürften wir mit Kapitel 11 jetzt auch fertig sein. Komm. Jo. Was haben wir hier? Keine Band, keine Party, verdabt. Ach, das war das, wo wir die Party hatten. Ah, okay. Wir sind die Band, die deine Party spielt. Wir stoppen, um etwas Grub zu bekommen, und während wir raus waren, ein Joker hat unsere Instrumenten. Kannst du uns helfen, ihn zu finden? Ansonsten können wir nicht für euch spielen. Okay, vier Instrumente. Äh, finde ich nur lustig, dass sie die Instrumente klauen und dann irgendwo hinschmeißen. Egal. Ist halt Toadie Hawk, Logik, ne? Da oben hab ich was gesehen, und vor allem, dass hier irgendwo eine Pipe dran hängen. Oder an den Lipp. Wer ist die? Ist die immer so Lippe? Äh. Äh. Naja, kein Wunder, warum ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wenn hier die Party war. Ah, ah, ah. Ah. Ne, lustig. So, Robert. Hei, hei. Okay. Äh. Gut. Komm, ich spring mal rüber. Ah, da hinten ist doch was. Baaah. Pfff. Huuu. Okay, das sind die Bromsticks. Oh du. Hilfe. Wo ist das letzte Instrumentchen? Oder Instrumenteil. Ah, da oben. Okay. Hab's gefunden. Alles klar. Hei. Ach du. Ich will das da jetzt schaffen. Ich will da direkt hoch springen können. Das kann ich, das weiß ich. Hei. Ich schaff das. Ich mein, ich könnte einfach vom Board absteigen und da hochglättern. Wäre viel zu leicht. Dann geht's aber. Hei. Na, komm. Scheiß drauf. Okay. Ja, wir haben eine Bad. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben eine Bad. So. Und noch ein Kapitel fertig, ey. Das ist so doof, ne. Das ist so doof, ne. Das man die ganze Zeit, äh. Autsch. Das ist so doof, dass man hier einfach eine Aufgabe macht und dann fertig ist. Gut. Ähm. Ach so, okay. Ich muss noch etwas dazu sagen. Weil irgendjemand hatte gesagt gehabt, dass, äh, auch schwer, dass man da alle Aufgaben machen müsste. Das ist aber bisher noch nicht so bei mir zumindest. Hol deinen Ausrüst von den Bullen wieder. Okay. Yo, das dürfte jetzt sein. Well, well, well. Looks like we got our cart back. And there's some free skateboards on the back. How nice are you punks to leave these here for us after you stole our cart in the first place. Have a nice day. Skitch am Wagen. Okay. Sollten wir hinbekommen. Ja, auf jeden Fall, äh, ich muss nicht alle Aufgaben machen, auch schwer. Was ist das denn so? Äh. Ach so. Ah, ich muss den Viechern da ausweichen. Den Viechern. Glyzisten. So geht das, okay. Ah, zack. Komm. Nochmal. Du musst hier erstmal riechen, dass die nicht da so, ne. Dass die böse sind und so. Ich muss sagen, aber es ist grad schon ein bisschen anspruchsvoller, weil ich grad meine Ballons im Auge halten muss. Und, und wo die Penner da lang gehen. Ah. Wenn ich das am Stück machen müsste, dann wäre das echt ein bisschen krank, die Aufgabe. Wenn ich das jetzt verkacke und da wieder 60 Sekunden dran machen müsste, dann wäre das böse. Scheiße. Dann klaut ihr deine Sachen. Schön, dass er auf mich wartet. Okay, nein, das ist, äh. Hä? Der stand mittig. Ich glaub, der musste mich treffen. Kann das sein? Wie wird soweit? Okay, aber dann sollten wir eigentlich packen. Weil's er kopiert wird. Ja, auf jeden Fall. Ich musste nicht alle Aufgaben machen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss davor, das jetzt auch schwer zu machen. Bevor ich die nächste Aufnahme mache. Komm, ey, beeil dich doch mal. So schnell ist das jetzt auch nicht. Okay, das war ganz schön knapp. Ah, ich muss mich grad... Ich muss mich grad echt konzentrieren. Die Multitasken als Mann ist gar nicht so leicht. Ich mach die ganze Zeit schon Multitasken, weil ich noch ein Laber beim Zucken. Aber trotzdem. Ungeschaft, ey. Nice, you grabbed the start. So, you gave me food. Find's gut. Haben wir oben, wie haben wir mal gesehen hier? Und... Okay, haben wir schon. Ist klar. So zwölf Mauer ungefähr. Gut, ähm. Ja, nächstes Kapitel. Welches wäre das denn dann jetzt? Äh... Sind wir jetzt schon in Hawaii? Ja, wir sind jetzt in Hawaii. Da fehlt uns doch was. Lernen Hawaiianisch. Okay. Ah, das find ich aber jetzt ein bisschen schade, dass es jetzt wirklich nur so ein... so ein... Rumgekloppe ist. Ich fand das, um ehrlich zu sein, auf... Normal auch ein bisschen zu leicht. Muss ich jetzt schon mal sagen. Also das ganze Spiel an sich... Aber ich werd zum Spiel sowieso ein paar Worte verlieren letztendlich, wenn ich dann... ... alles geschafft hab. Geh die Lettere, die schade aus Mauaina. Das Hawaii-Wort für Intermediate. Ah, das ist ja cool. Ich schätze mal, weil ich die mittleren Schwierigkeitsgrad hab. Auf Kranken muss ich dann was anderes buchstabieren. Wahrscheinlich... Ein bisschen krank auf Hawaii-Majanisch besteht das aus... ... 40 Buchstabe oder so. Nein, 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 verkackt. Okay. Eigentlich ist das total easy. Ja, aber ich muss das einfach nur gucken, wie über dich hier... Treibe! Die sind zu nah beieinander, die Scheiße. Ich glaub, irgendwie hab ich grad einen Buchstaben für Postpanner-Seilen. Oder zwei. Oder drei. Ich hab... Ich hab zehn Menü. Ich mein, ich hab zehn Menü, ne? Ja, aber nicht so, denk ich. Ich weiß auch nicht, warum ich so einen unterpasst hab, um ehrlich zu sein. Es! Ich hab doch Menü gemacht! Hör mal! Verarscht, kannst du nicht alleine, oh Bieser! Manchmal hast du dir die scheiß Brillen zuhause. Ich verstehe natürlich. Okay. So, haben wir geschafft. Geht doch. Mein Gott. Ich freu mich schon auf die Aufgabe um schwer. Aber ich muss ja nicht alle machen, das ist ja das Gute. Heyo! Ich seh, wenn ich hier jetzt alles schaffe, das jetzt auch... Ich mach hier auch mal alle Aufgaben. Oh, das war cool. So, ich weiß, hier fehlt uns noch was. Äh, und zwar dieses Zeichen, womit wir ein neues Level-Farrei schalten. Dann hab ich überhaupt keine Ahnung, wo das ist. Aber wirklich gar nicht. Ich hab da jetzt auch nicht irgendwie was gesehen hier, oder? War ich mal blind? Oh! War gar keine Absicht, dass ich auf dem Skateboard lande. Auf hier häftes Surfbrett-Skate. Allein von Scheiße. Ab wann falle ich es ins Wasser? Ich begreife einfach von euch sogar. Hey, ich bin das. So sage ich das gewässerte. Ne? Hiiiihhhh. Hei! Wasser, buuu! these next. Ich halte nur grade schon ein bisschen auch schon auf der Scheiße, die ich da habe. aber hier ist es nicht dreht sich auch nirgendwo was ich will erst mal die aufgabe machen so ich brauche immer so ein bisschen ordnung bei mir im spielen sonst schaffe ich das nicht so okay hier haben wir alles geschafft okay dann wollen los combo bowls fleischkloß ach so sagt er doch ich habe gedacht ich müsste die handweilen haben wir geschafft aber schon direkt drei neue ob es hier wieder bist du bin ich jetzt hier gelandet hallo ich glaube ich kann ja leck mich das ist ganz interessant diese strecke weil ich hier noch nicht war glaube ich überall wo ich noch nicht war das natürlich potenzielle stellen das gesuchte sein könnte jetzt wird sich so schnell die baut ja gerade ein bisschen gucken wie es tut mir leid ich weiß es ist langweilig freund aber das ist das komische was mir ein bisschen wundert dass das spiel gar nicht so beliebt dass ich gedacht habe weil als ich total viel gespielt habe ich bin so toll und als gesagt ja ich bin jetzt alle tue jetzt kommt es kaum jemand halb so will wirklich stört das nicht die leute wie das gucken dass es dem gefällt das ist mir wichtiger auch leck mich aber warum schreit ihr denn nach sachen wenn ihr letztendlich nicht guckt versteht ihr was ich meine ich will die gett haben mit dem regenrinnen joe vor kleinen hunden verfolgt ja ich muss jetzt haben wo war wo muss ich denn der problem verflucht eigentlich so was machen jetzt hier nicht da lang falsche richtung genau da geht es nicht lang und hast begriff wir springen hoch und da hoch okay und jetzt fuchs ruhig brauner okay okay wir verstehen uns jetzt was ist das denn für die rampe funktioniert nicht okay weg was auch immer das jetzt war da muss regeln hätte die so bestätigt dafür dass man langweilen können das ist kaputt gemacht keine absicht tschuldigung ja nein egal okay ich fahre mal durch so schnau hier wie so ein manual grotz das ist doch mal testen tut mir leid ich will halt auch auf dem spiel und so ich kann man treiblich drauf habe ich jetzt hier die aufgaben machen würde welche 10 minuten durch jetzt ist ein bisschen utopisch aber ja so jetzt mal gucken ist es bestimmt ja geht leck mich doch dann halt nicht weil du weil du weil du gedacht wow was war das denn jetzt egal gut komm nächste aufgabe hier was solls bevor wir sterben ja ich bin schon in kapitel 15 es ist unglaublich so auf tricks man eric hat diesen Platz zu töten wenn du das Video machen möchtest du musst auf dem Trick auf dem Haus, Fenster und Balkon hier in Wallows okay mach mal Trick aufs was hä hä ich versteh's ja nicht was zählt was will der jetzt hier von mir ich begreif das grad richtig tu mir leid ja komm verpiss dir mach doch mal hier bei irgendwas verflucht ey der ist so der ist so dämlich der bock alter ich bin ein bisschen warum ich jetzt gar nicht bereits achso aaa sowas mit die alte aufgabe damals hier wie hieß das nochmal ich glaub graffiti hieß das ja komm jetzt hier der will einfach nicht das tut was ich machen will einen haben wir schon mal mehr noch vier Stück oh neuer Gap schön also was nicht ganz umsonst okay und stehen sehr gut war irgendwie komisch die Aufgabe egal am Mauer graben keine Gap ok aber vielleicht von der anderen Seite wäre weiß wäre weiß nein auch nicht gut außer äh ich sehe immer noch nichts sich drehen schade eigentlich ich will euch nicht die Kack suchen müssen god schade mit schade mit